willkommen zu einer weiteren folge von minecraft ja heute von meinem eigenen gebauten hausboot ihr seht schon ich bin in meinem schlafzimmer und ich habe extra ein hausboot überdach und mit unterdach weil ich finde und unterwasser kann man die fische besser beobachten und ja heute zeige ich euch mal mein hausboot genau das ist mein bett ja hier ist mein raum hier sind kisten aber alle noch leer genau die sind leer wie gesagt sie sind alle leer das wird sich aber noch ändern genau dieser tropft aus der decke kann ich euch sagen weil ich hier eine 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 riesige obst plant was heißt obst plant plantage gemüsebeet gebaut habe für die eigenversorgung genau allerdings ihr seht ja ihr seht richtig dass die maincraft beta version ich finde die irgendwie besser als die originale als sie also als die neueste neueste meinte ich weil da kann halt viel mehr bauen und die kühe sehen da auch viel realistischer aus als in der neuen welt weil die haben dann noch hörner noch kuhflecken das haben die in der neuen version nicht das finde ich äh cooler an dem an der jetzigen welt da wo ich drauf spiele äh genau ja morgen fahrer genau erstmal frohe ostern an euch alle frohe ostern äh ja bei uns gab es heute stufen also falls einer nicht weiß was stufen sind das ist gebäck teig gebacken in der fahne genau so guck mal ich habe 45 kartoffeln 52 karotten 8 weizen 13 weizen haben die kühe die ich habe also ich glaube erst haben müssen die erst mal müssen sie sich hier einleben und in drei vier wochen oder fünf wochen besser fütter ich dann die kühe und dann wenn die kälber bekommen ja so genau meine idee ist ich wollte jetzt eben schon eben schnell angeln gehen weil ich ja gesagt nur ein gemüsebeet habe oder 1 2 gemüsebeete habe weil ich habe auch voll bock auf fisch und was ich mache scheiße das wollte ich auch noch machen ich brauche eine holz axt um um holz abzubauen gut dann mache ich dann dann brauche ich mir jetzt erstmal eine axt also dann ja dann crafte ich mir jetzt erstmal eine axt zum bäume abbauen nehme mir den birkenbaum stammen kann das sein dass das schneller geht kann das sein ja ne oder ist das oder das ist immer gleich geblieben geblieben die abbau kraft ist auch egal ja mal gucken wie was ich für eine axt brauche wahrscheinlich eine holz axt ne holz axt und ich brauche und stimmt einmal einmal brauche ich auch für die kuhmilch äh für die kühe melken das hier ist kohle die baue ich noch nicht ab die kann ich auch noch nicht abbauen äh leider wobei ofen ist jetzt auch kann man brauche ich jetzt aber nicht unbedingt einen ofen aber wäre cool und um guck wenn du kohle ab wenn man kohle abbauen will dann muss man da für eine stein oder gold axt haben oder eine eisen axt keine ahnung auf jeden fall ähm wie gesagt minecraft beta finde ich besser als die äh jetzt also als die neueste version falls einer von euch die beta auch also die beta version besser findet gerne in die kommentare schreiben und falls einer von euch in meinem video in meinem video gegrüßt werden will schreibt einfach in die kommentare hashtag glocker aktiv dann gucke ich wer das gemacht hat wer mich abonniert hat wer mir folgt und alle die mir folgen den folge ich zu auch zurück das verspreche ich euch so ähm mein so äh nö ich habe ein birken setzling also hier so ein warte hier so das ist ein birken setzling in der beta version und ich habe stock cool cool ey diese höhle aber ich brauche erst warte mal dann crafte ich jetzt erstmal eine eine werkbank weil eine werkbank ist äh wichtig und cool zack so sieht eine werkbank aus in der beta version da crafte ich jetzt erstmal genau stöcke holz und dann kann ich hier achso hier eine holzachs die brauche ich und ich brauche so guck mal jetzt eine kiste brauche ich auch noch ne brauche ich nicht eine kiste habe ich ja hier in meinem hausboot das riesige habe ich ja sechs oder acht kisten sechs kisten hier ist essen da kommen die ganzen holzsachen rein die ich zurzeit nicht brauche äh zack so und die beiden sachen brauche ich so ich lass die tür einfach mal auf ne mach ich zu äh mal gucken ob ich jetzt schon äh stahl kohle abbauen kann weil das wäre richtig nice und ich kann kohle abbauen das ist geil kann ich jetzt auch schon diamanten abbauen wenn ich welche finde mit einer holzachs ich glaube nicht ne also ich meine äh oder schreibt das mal in die kommentare leute kann man mit einer holzachs oder holz spitzhacke diamanten abbauen ich weiß es nicht ich weiß es nicht wäre spannend zu wissen sechs ähm ach Stein muss ich auch noch abbauen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn warte neun zehn und daraus crafte ich mir nachher ein ofen wenn ich hier diese höhle erforscht habe okay das ist einfach nur einfach nur das ist einfach nur nix einfach nur einfach nur so so gucken und sand kann man ja auch nehmen für glas äh bauen ne wusstet ihr das die meisten würden das wissen so ein ofen wo ist ofen ofen da bam da ist mein ofen den brauche ich jetzt auch weil ich will ich habe kühe und das fleisch ich habe keinen bock dass ich eine salmonellen oder so vergiftung kriegen will wenn ich jetzt hohes kuhfleisch esse deswegen ich habe einen ofen und hier ist das Essener drin äh ich glaube ich ich brauche holz ich trottel ich brauche holz holz und essen ich sag mal burn so hoffentlich geht das okay es geht nicht oder ne okay es geht schon mal nicht ist egal so da jetzt gerade auch abends ist gehe ich jetzt auch ganz schnell mal ganz kurz schlafen habe ich die Samen noch hier drin Kartoffeln äh so weil ich wollte auch so ich pflanze es erstmal na na ihr rinder ich pflanze jetzt erstmal diese früchte äh früchte Obst wieder an Möhren 40 Möhren habe ich noch okay der Rest pflanze ich Kartoffeln an so zack so da muss ich jetzt warten bis das bis diese hier reif sind äh also erntereif noch kann ich meine Kühe nicht melden weil ich ja noch keine Eimer habe aber in vier bis fünf Wochen werde ich die mal füttern und dann kriegen die auch neue Kälber aber ab jetzt gibt es jeden zweiten Tag wenn ich es schaffe jeden zweiten Tag eine Folge Minecraft Beta wenn ihr euch das Video gefallen hat Leute lasst doch gerne ein Like da ein Abo ein Kommentar und dann bis zum nächsten Video macht's gut Ciao